Willkommen zurück Leute, zu Bully die Ehrenrunde. Wir sind wieder hier am Start und was ist hier los? Rasenmäherpark haben wir auch noch. Was sind das für Missionen? Wir haben voll viele Herausforderungen von den Jocks, von den Jocks und von den, was stand da? Scheiße, Preps, Preps, was war das? Paparazzi, Spaß im Spielhaus, Greaser. Rasenmäherpaket, Rasenmäherpaket, Park, stand da. Paparazzi? Ja, ja, natürlich, ja, klar. Das glaube ich dir so, dass du seit Jahren dein Küssen geübt hast. Geh doch mal weg, Junge, ich stehe mich nicht in den Wege, jetzt kommt der Boss, das hier. Alle am Brügel, obwohl, warte mal, vielleicht ist ja schon wieder Unterricht. Nein, ich will immer nur Geschenke haben, weißt du, so sind sie immer. Pass bloß auf, Bro. Guck mal, er rennt schon weg. So, zeig mal den Unterricht jetzt. Ab zum Unterricht. Ey, bitte, 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 Mathe. Ich hatte jetzt so richtig Lust auf Mathe. Ich bin richtig gut drauf. Ja, natürlich, natürlich, Mathe, das wär's jetzt. Na? Chemie, Chemie ist leidig. Ich glaube, das ist sogar schon die letzte Stunde. Chemie 5, genau. Bin ich mal gespannt, was dann passiert, wenn wir das Abschluss haben. Ah, Tee, hurry up and get a table. Wir haben viel Arbeit vor uns heute. So, jetzt muss ich mich konzentrieren, damit wir das auch schaffen, wie sie Konzentration aktiviert. Very good. Carry on. No, 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 no. Not like that. Na? Alles von vorne? Scheiße, Mann. Good work! You have a future in chemistry. The coursework is done, gentlemen. You may go. Those of you with a keen interest in the subject may return and do work for extra credit. Verdammt, I'm good! My work is done here. I can now see the mega hit from Lady Gaga sing. Gigi! But I hit me up, you know? My brother. I need a French cross. I need a... How do we get here? I think it's in the support of the Azis. Yeah. Yeah. Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! So, give me the special way, which I've always noticed. Weirdly. Wow, you must jump, man. What was that? Wait a minute. Hell jungling? Why? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hey, Hopkins, let's play keypucks. Yeah? Show me. Like this. Alter, sieht das affig aus. Dann, dann, dann und direkt hier 5 Dollars, weißt du. Cola Und schon verkackt. Alles klar. Gut. Oh, Hopkins, gut zu sehen. Mach es schnell, Ernest. Now, as our new leader, I have something I need you to do for me. What? I mean, look, do you want to take down the jocks or what? Of course I do. Yes, well, I have a plan. Okay, what is it? Well, what I need are some inappropriate pictures of someone they care about. You want pictures? Yes, it's a complicated plan, all right. I need some naughty pictures of that Mandy girl. I'm sure you do, but what has that got to do with this? Oh, this? This is purely for the purposes of this plan. I'm not like that at all. You want me to get incriminating pictures of the head cheerleader just for your plan? The kind of pictures that could land me in jail or worse? It's not easy being the boss. Man, this better be good. I don't know. Hey, I'm going to go of a book. Okay. I'm in this book. I am going to get a picture of Mandy. You are ready. Hey, I don't want to get a picture of Mandy. Get a picture of Mandy girl now. Manchmal fühle ich es einfach nicht, wie ich es so fühle. Und dann schauen wir mal. So, hier rein bitte. Oh mein Gott, das ist wunderschön. Ich muss mich ändern. Oh mein Gott! Ich kann nicht erwarten, dass ich von diesen Kleinen rauskomme. Oh, mittlerweile haben wir so viele Sachen. Nicht mit mir, Junge. Ich bin so ein bisschen Skateboardfahrer geworden mittlerweile. Nobody can stop me. Oh, was machst du denn? In die Ecke pissen? Das ist aber nicht gut. Das ist aber nicht gut. Gehen Sie bitte weg da. Moment. Ich muss doch bestimmt da hinten hoch, oder? Ja. Das ist aber auch so verlockend, dass hier so... Dass man hier so geil hochklettern kann. Da darf man sich dann auch nicht wundern, dass man das macht. Dass man das macht besonders. Oder in dem Falle, Junge. Aufpassen, aufpassen. Der Drachen ist wieder unterwegs hier, wirst du? Nein! Nein! Du! Ruhig bleiben, ruhig! Nicht ausfallen werden! Auch wenn... Ich es gerne würde. Aber egal. Lassen wir das. Mein Gott, ey. Wie ich das hasse, ey. Manchmal drehen sie sich um, gehen dann komplett durch. Manchmal drehen sie sich um und bleiben dann kurz nochmal stehen. Ne, hier ist bestimmt nicht richtig, oder? Ja. Wie ist denn die Sch... Da ist die Treppe. Ja. Wie ist denn die Sch... Da ist die Treppe. Ich komme doch gerade so in das Alter, wo das alles nicht mehr sein wird und du lässt es nicht zu, Mann, ey. Ja. Komm, dann gehen wir nochmal außen lang. Mann, du Sauer. Du bist schuld. Mann, du Sauer. Wenn du das hast. Mann, du bist ein Boxer, du weißt. Mann, du bist ein Boxer, du weißt. Arschloch! Hat mir nichts getan, aber trotzdem Oh mein Gott, ey Wie ich das hasse, hier in diesem Spiel Unentdeckt zu bleiben, ey Boah, wer braucht denn sowas schon, weißt du So Wo bin ich, Kamera Was machst du, Kamera, wo bin ich Na Komm schon Ich raste aus Ververte, twisted, sicko, peeping Tom, creepy son of a bitch Das ist nicht dein Ernst jetzt Alter, bin ich ein Spaß, einfach nur Rastpassing ist one of my least favorite Kriegen Mein Gott, ey, wa Achso, wir werden direkt in Nein, wir werden direkt in den Unerrichtsenglisch, nein Fass auf dem Weg in Ordnung, nicht vergessen Es sieht so aus, es ist Zeit, die zweite Nein, ich hab noch nicht den Part hochgeladen, den ich, äh, bei dem, wo ich das das letzte Mal gemacht habe, weil ich so weit im Voraus aufgenommen habe, nein Oh, der macht ein Spin-Move auf dem Tisch und ich muss es alleine machen Warum Warum Ich schaff das doch eh nicht Das ist richtig Well done Keep it up Good show Good one Um Ähm Krise geht noch Ah, danke Ne So doch nicht Sieger Dann geht auch Sieg Stimmt, dann geht auch Sieg Sieg Keep it up Äh Reis haben wir schon Haben wir zwei Essen, ne Dann geht auch Sieg Ah, yeah? Well done! Tatsächlich, scheiße, was noch? Drei Buchstaben, sieh! Sieh! Good show! Komm schon, komm schon, wie viel Zeit haben wir noch? Drei Buchstaben. Okay. Uhhh... Greisee... Greisee? Geht es? Das ist richtig! Oh Gott, ich hab's geschafft! Buhhhhhhhh Haha, ich gebs doch nicht! Ich hab's geschafft, ey. Boa... Ganz alleine, ey. Ich freue mich. Haha, du erinnerst mich an deinem Alter, ich bin so voll von Hoffnung, so voll von Bigger. Ja, ich war komplett ohne Hoffnung, ich dachte, ich wäre verloren. Ich bin der Beste, nein, Spaß.